In diesem Video beschreibe ich dir das Wurzelkompressionssyndrom. Das Wurzelkompressionssyndrom beschreibt in der Medizin die mechanische Reizung einer Nervenwurzel im Bereich der Wirbelsäule. Leitsymptome sind der charakteristische Rückenschmerz, zum Beispiel als Lumboischialgie, mit Ausstrahlung in das Dermatom der betroffenen Nervenwurzel, ein positives Lasegü-Zeichen bei lumbaler Wurzelkompression und eventuell schlaffe Paresen sowie abgeschwächte Muskeleigenreflexe. Hervorgerufen wird es in der Regel durch plötzliche Änderungen der Wirbelsäulenkonfiguration, zum Beispiel bei einem Bandscheibenvorfall oder auch einer ausgeprägten Bandscheibenvorwürbung. Die Mehrzahl der Bandscheibenvorfälle ereignet sich in Höhe der mechanisch besonders beanspruchten Lendenwirbelsäule, also lumbal. Seitliche, also laterale Vorfälle bedrängen die in derselben Etage austretenden Nervenwurzeln. Die häufigeren halbseitlichen, also mediolateralen Vorfälle wirken eher auf die nächst tiefere Nervenwurzel ein. Größere Bandscheibenvorfälle oder Sequester können auch auf mehrere Wurzeln gleichzeitig drücken. Der seltene mittige, also mediale Prolaps kann im Lumbalbereich zum Cauder-Equina-Syndrom, das ebenfalls ein Wurzelkompressionssyndrom darstellt, führen. In höheren Segmenten hingegen zu einer Myelopathie. Bei älteren Personen kann das Wurzelkompressionssyndrom eher durch einen verstärkten Knochenaufbau, also eine osteo- bzw. spondylophytären Anbaureaktion, im Rahmen vermehrter degenerativer Veränderungen, aber auch durch überschießende Weichteilreaktionen verursacht sein. Diese Prozesse sind chronischer Natur und kommen vorwiegend im Hals- und Lendenwirbelsäulenbereich vor. Die Reizung führt zusätzlich zu einem Anschwellen der Nervenwurzel, also zu einer Ödembildung, welches bei eng präformierten anatomischen Verhältnissen die Situation noch weiter verschärft. Seltener kann es auch bei Wirbelfrakturen, Tumoren oder auch Hämatomen zur Kompression von Nervenwurzeln kommen. Bei Vorfällen des sogenannten Nucleus Pulposus wartet man zunächst den meist günstigen Spontanverlauf ab. Es werden Schmerzmittel verordnet und so bald wie möglich physiotherapeutische Maßnahmen eingeleitet. Der Effekt von Massagen oder Fangopackungen ist sehr begrenzt. Nur andauernde, therapieresistente Schmerzen oder manifeste neurologische Ausfallerscheinungen sind heute noch eine Indikation zur neurochirurgischen Intervention. Dabei wird das vorgefallene Material entfernt, in der Regel auch ein Teil des Wirbelbogens, welches dann als Laminektomie bezeichnet wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017